Als ich ein Kind war, hast du mir erzählt, dass derjenige, der die größte Laterne aufhängt, von den Göttern im neuen Jahr begünstigt wird. Die Menschen klettern immer weiter nach oben, um die Laterne höher und höher zu hängen. Und das Ganze geriet außer Kontrolle. Rote Laternen sind nicht länger ein Mittel zur Erlangung von Segnungen. Es ist eine Warnung vor der Katastrophe des Lebens. Wie viele Familien wurden auseinandergerissen? Wie viele rote Laternen erlöschen? Es gibt niemanden auf der Welt, der sich um jemanden kümmern kann, außer um sich selbst. Und dann hast du mir beigebracht, erwachsen zu werden und meinen Kummer zu überwinden. Wir werden leben. Versuchen zu überleben. Selbst wenn sie eines Tages eines dieser dreckigen, ekelhaften Monster werden. Vatersöhnchen. Ich bringe sie zum letzten Mal zum Aufhängen der roten Laterne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020